Hi, willkommen im Sprungraum. Ich bin Ross und heute aus unserer Reihe Sprungraum at Home sprechen wir über Flickflag. Ich werde euch zeigen, wie man, wenn man schon ein Flickflag kann rückwärts, wie man das zusammentut mit dem zweiten Flickflag. Also wie man das zusammen bekommt. Dafür braucht den normalen Flickflag. Wichtig dabei, bitte denkt an eure Form, lange Beine strecken, es darf nicht so kurz, das heißt nicht unter dich runterspringen. Flickflag hat immer so eine Brückenform oder für Kleinkinder sagen wir immer wie ein Regenbogen und ist normalerweise eine komplette Körperlänge von dir, wo man dann landet danach. Ich zeige euch einen Flickflag, wichtig dabei, Arme immer gerade und neben die Ohren. Man braucht einen Schwung, leicht über die Ferse rollen und strecken. Ich meine Sie, ich habe komplette Körperlänge. Ich mache jetzt einmal schnell. So, wenn man ein zweites machen möchte, muss man immer diese Grundspannung haben hier im Bauch. Da wo Bauchnabel ist ein bisschen reinziehen und diese Spannung nicht loslassen nach der Landung. Ganz halt. Das ist die Übung. Schwung. Arme bleiben oben. Spannung immer noch da und von hier eine zweite. Wir brauchen nur das Wiederholen, 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 damit unser Kopf weiß, es geht immer weiter danach. Ihr könnt die Zeit zwischen, mit nicht so viel warten, ein bisschen beschleunigen dann. Ich zeige euch einmal. Trotzdem mit Stoff. Eins und zwei. Ihr wird sehen, es ist viel einfacher, wenn man hintereinander ein paar macht. Ich zeige euch, wie das aussieht. Ich nehme den Schwung, leicht über die Ferse rollen. So. Das ist Flickplack. Die nächste Übung, die ich für euch habe, ist wie man Radwende-Flickplack macht. Das ist das gleiche Prinzip. Wir stoppen, halten die Spannung und von da nach der Radwende gehen wir in den Flickplack. Das sieht so aus. So. Ihr müsst das ein paar Mal üben, damit ihr nie den Bauch loslässt. Und dann, nachher könnt ihr duschen. So. Das ist Radwende-Flickplack. Wenn ihr die paar Sachen übt, werdet ihr in schnellster Zeit das machen können. Ich zeige euch einen kleinen Kombo und dann seht ihr, wozu das gut ist. So. Ihr habt gesehen. Meine Bewegung geht immer diese Richtung. Diesen Schwung wollen wir nach vorne aufbauen und nicht auf die Stelle. Es ist sehr wichtig, als ob jemand wirklich hier durchgehend zurückzieht. Ich bin außer Atem. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei, wenn ihr noch Fragen habt. Bitte sagt mir Bescheid. Die Kommentare auf Facebook oder bei uns auf Instagram. Und ich wollte mich noch einmal bei allen Gästen bedanken, die für uns diese Solidaritätsgutschein gekauft haben. Diese schwere Zeit. Das hilft uns ungemein. Und wie gesagt, wenn ihr nicht wisst, was das ist, auf unserer Website, Instagram, Facebook, jetzt zahlen, später einlösen. Ja. Unsere Solidaritätsgutschein. Das hilft uns, über diese schwere Krise zu existieren, damit wir weiterhin für euch da sein können nach der Corona-Krise. Ich wünsche euch heute ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin eure Sprung-Auptik. Und wenn wir sind, dann einfach wiederholt uns. Und dann gehen wir traits such Idee an, das ist halt nicht. fifty Punkte ventilate zumindestbox. W